Und da ist ein goldenes, der Boss wahrscheinlich, dieser Gang, doch der kann uns nix anrichten, denn mit drei Hits ist er auch KO. Hallo Leute, wir sind immer noch in Präludien und zwar liegt das daran, da wir hier noch nicht alles erledigt haben und zwar müssen wir jetzt dieses Schwein töten, sage ich mal so. Glaube ich und wenn es stirbt, dann passiert irgendwas, doch, oder müssen wir es nicht töten, achso, ich weiß, was wir tun müssen, oh Gott, ich weiß, was wir tun müssen, das hat nicht mit der, nix mit der Tötung zu tun, sondern, ich spreche mal zuerst mit ihr. Link, wir sind nicht gesund und munter zu sehen, ich habe mich wirklich Sorgen gemacht, das wäre aber eine riesen Überraschung für meine Jungs, wenn sie sich hören, dass du wieder da bist. Okay, ja, die schlafen halt beide, okay, du kochst, okay, das war nichts mit der Tötung, jetzt fällt es mir ein und zwar, in den Schleimen, man kann das Schwein jetzt dank dem Kraftarmband aufheben. Und ja, Link ist mit diesem Schwein extrem langsam, merkt man, doch das Schwein wird uns helfen. Und zwar bei diesen Schleimstellen, wenn man hier ein bisschen Universalfutter drauf macht, dann wird sie an dieser Stelle fast, ja, graben. Und an einer Stelle, an irgendeiner Stelle gibt es hier ein Herzteil, glaube ich, oder eine Schatzkarte. Und ich will es haben, deshalb werde ich jetzt das durchmachen müssen. Oh shit, ich habe mein Mikrofon gehittet, sorry. So, ja, Link guckt schon so böse. Aber das kann ich auch verstehen. Ganz Prälodien wackelt. So, wir können das eigentlich auch so machen, das geht, glaube ich, auch schneller. So. Oder keine Ahnung, aber wenn das ins Wasser fällt. Was war das für ein Bug? Keine Ahnung. Aber wenn das Schweinchen ins Wasser fällt, dann bin ich natürlich am Ende. Ja, genau. Das Schwein zerstört sie leider nicht. So. Hehe. So, war das jetzt hier? Mit diesem Herzteil. Ich hoffe wirklich, dass Peter bei diesem, bei diesem Part nicht mitschaut. Ja, und hier ist auch das Herzteil. Yeah. Ich hoffe, Peter schaut wirklich diesen Part sich nicht an. Weil sonst kriegst du Probleme, Link. Hehe. So. Okay, jetzt will ich aber an einer Stelle des Meeres. Und zwar. An der waren wir ja noch nicht. Ja. Genau hierher. Da sehe ich einen Schatz. Sind eh Rubine. Aber ich will trotzdem hier sie holen. Ihn holen. So, das... Ne, das war zu weit. So. Ja. Sind aber wahrscheinlich wieder 50 Rubine. Also... Nix Relevantes. Fandes. So. Und dann... Weise den Weg entlang. Aber ich glaube... Hier gibt's... Hier gibt es nix. Oder doch? Wir könnten ja... Wir könnten ja diese zwei Türme plündern. Das will ich mal machen. So. Schnell. Wird ja nicht lange dauern. Wieso sind da Pfeile? Keine Ahnung. Hier sind auch wieder diese Riesendinger. Und Vögel. Da sollte ich auch aufpassen. Und ein Schalter. So. Du stirbst. Danke. Ein Schalter. Was macht denn der? Ach so. Und das ist sogar eine goldene Truhe. Und das ist auch nicht Zeit. Das ist hoffentlich nicht zeitlich begrenzt. Oder? Ne, wait. Wait, wait, wait. So, machen wir das. Damit es schneller vorangeht. Danke, dass ihr die Vögel gehütet habt. Das hilft mir ein bisschen. Und ich glaube, hier wird es gleich sehr stürmig. Nein. Du schadammtes Drecks Teil. Ich hasse wirklich diese Vögel. So, na klar. Zum Glück bin ich oben geblieben. So. Du stirbst. Und du auch. Yeah. Voll den Schwanz abgeschnitten. Hier gibt es auch einen Schalter. Okay. Aber zuerst öffne ich diese Truhe. Was geht's hier? Eine Schatzkarte. Okay. Und das spawnt eine normale Truhe auf der anderen Seite. Okay. Das will ich eher nicht. So. Wir machen das wieder mit dem Sprung. So. Und. Müssen wieder hochschwimmen. Hier geht es aber so richtig los mit den Explosionen. Und es bricht auch langsam der Tag an. Wieso gehst du nach unten, Link? Das bedeutet nicht aber, dass du nach unten gehen sollst. So. Und hier sind wahrscheinlich Rubine oder eine Glückskette vielleicht. Eine Goldfeder. Okay. 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 So. Ich habe ja ursprünglich diese Insel dort angesteuert. Ja. Diese Steine. Und ich will auch dorthin. Ich will aber auch. Dich hier zerstören. Weil manche Schiffe hinterlassen. Hier. Wie heißt das? Schätze. Und die will ich halt haben. Du hast aber keins hinterlassen. Okay. Das ist auch kein. Das sind auch keine Gesteine. Das hier ist eine Insel. Also eine richtige Insel. Nice. Mit. Dekonüssen. Und wie mache ich euch weg? Hä? Wie mache ich denn diese Pflanzen weg? Check ich nicht. Kann ich dich darüber hüten? Ach so. Ja. Ist es etwas sowas ähnliches wie Golf? Also. Wenn ihr versteht, was ich meine. Könnte sein. Oh. Da habe ich daneben gehittet. So. Okay. Ich versuche ein bisschen mit dem Dekoblatt zu helfen. Ja. Perfekt. Das hier baut drauf auf, dass man das Dekoblatt hat. Hä? Ach so. Hier muss man glaube ich es nur mit dem Dekoblatt machen. Okay. Oh no. Oh no. Oh yes. Hat wunderbar geklappt. Oder spawnt eine Truhe. Ist wahrscheinlich wieder eine Schatzkarte. so. Du hast was aber etwas zu sagen. Boah. Das blitz war so ein herrlicher Anblick. Diese schimmenden Farben. Gut, dass ich mir dieses Skalidoskop gekauft habe. er zeigt also nach dort vorne er guckt nach hier vorne ich sehe dort nix aber ich würde gerne nach dorthin schrüber schwimmen zuerst betrete ich aber diese höhe ich warte lieber nicht bevor ich konnte und kann sondern ich greife mal lieber sofort an jetzt konnte ich konnte und auch töten ja und ich spore in der truhe sowas gibt es hier wieder eine schatzkarte ja ok ich muss ja mir noch die schatzkarte von diesem besonderen terry händler kaufen so jetzt aber brauche ich mein dekoblatt und ich muss darüber und ja genau abbrechen die magie nicht verschwender ich muss jetzt dieses spielchen neu machen mensch ich kann ja das auch schneiden so da bin ich wieder jetzt denken wir den wind in unsere richtung um her wie war noch mal das ja damit wir diese truhe holen können dann fahre ich an die stelle an die dieser aussichtstyp guckt mal sehen was ist dort versteckt gibt die tüte figur eine Familie schatzkarte ist hier und jetzt in die richtung in die dieser forts blitz teilchen guckt doch zuerst werde ich glaube ich mir diese hier noch diese karte dieser insel holen so und zwar bei dem hier so mein Freund gib mir die Karte hey Jungschen ich weiß Bescheid über dich also gib mir deine Seekarte mein Freund so hier haben wir sie der alte auf der Nachbarinsel im Osten der früher war früher ein großer Schwertmeister als Beweis hat er sogar einen Ritterwappen was es mit diesen Ritterwappen auf sich hat willst du wissen aber Jungschen wenn ich dir das jetzt einfach nur auf die Nase binde das wäre doch langweilig oder das wäre so weit von mir ok das wissen wir eigentlich schon ja mich interessiert nur wieso hat er hat dieser Typ so in diese Richtung geschaut nee jetzt war das wirklich umsonst ja also hier gibt es nicht hier ist die Grenze der Welt ok dann will ich zu der Insel dort schön der Sonnenuntergang zu dieser Musik Wirbelstürme aufpassen was bist du für eine Insel ein wichtiger Schatz der etwas schwierigere so hier scheiße 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 versuchen wir jetzt mal so Mensch komm das muss es doch sein Mensch jetzt habe ich es nicht gekriegt nicht hingekriegt so jetzt 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 und zwar hier ja puh was ist das ich hoffe das ist ein Herzteil denn dann kriege ich ein neues Herz jetzt nice ok und jetzt was hat es auf sich mit dieser Insel hätte ich gerne gewusst aber auf sie komme ich noch nicht drauf leider puh brauchen wir wahrscheinlich ein Item dafür aber dich mein Freund dich bezahle ich schon hey Jüngchen lang nicht gesehen gib mir deine Seekarte was ist das für eine Insel oha da von der haben wir eine Schatzkarte und ich glaube das war glaube ich auch diese dieser Schatz Jüngchen ich habe gerade erst ein phänomenal Information reinbekommen der Schatz der Ökotor auf dieser Insel stürmen soll mit dem soll mit dem erreicht du das dass es anstatt wie sonst immer zu verschwinden der plötzlich nicht mehr verschwindet du weißt schon wovon ich rede oder nach von diesem Dings da halt das hier immer auftaucht wenn du nachts Mond links Mond links ein kleines Stückchen fest kannst du mir folgen das wäre soweit von mir wait kriege ich hier etwa ein Lied aber wir kommen so oder so da nicht hoch obwohl ich könnte es ja versuchen mit Link in diesen Wirbelsturm rein zu fliegen vielleicht werde ich von dem Wind hochgetrieben aber ich habe nicht genug Magie so ich warte jetzt hier bis der Wirbelsturm zurückkommt so scheiße ja da kommst du auch zurück mein Freund ja Link schnell von Bord ja komm nee ich werde leider nicht hochgetrieben also brauchen wir dafür ein Item welches wir noch nicht haben okay dann was ist das dort für ein Riesenturm das ist nicht der Turm der Götter das ist ein anderer Turm den Turm der Götter sieht man von hier gar nicht was bist oder ist das hier wait das kommt mir aber bekannt wir waren hier doch einmal ja aber wir haben glaube ich immer noch nicht rausgefunden wie man dieses Feuer weg macht so 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 und das will ich eigentlich jetzt auch rausfinden weil hier gibt es diese Truhe Möwen stimmt jetzt jetzt check ich es so und dich kann ich ja auch schmelzen jetzt das will ich mal schnell machen zack nice und rein da what the hell leben der entzündete die sechs fackeln und führt die Seele des durch des durch die Dunkelheit irrenden Schiffes ans Licht aha aber ich habe keine Magie yes das kommt mir gerade zurecht die Entwickler haben dran gedacht so es sind sechs fackeln wir haben schon vier zu hoch so perfekt aha perfekt fünf eine fehlt noch eins zwei drei vier fünf wo ist denn die eine noch ach so ja hier hier geradeaus und so hiermit sind die fackeln entzündet doch dieses Schiff ans Licht führen wir leider nicht aber wir kriegen einen orangen Robin den ich nicht mal tragen kann ja okay nice 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 raum also mir hat das hier gefallen so ich habe ja noch eine put 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 frucht doch zuerst will ich mal die dort vernichten wenn das halt klappen würde wow zwei mit einem pfeil nice wenn ich dich jetzt noch treffe yes hat sie ein paar pfeile gebraucht aber hauptsache sie ist tot ok und jetzt du meine letzte put put frucht und du möffchen du hilfst mir scheiße hier ist noch so ein ding nein scheiße da ist aber auch der kristallschalter ich muss ihn nur betätigen yes so und ich kann auch zurück was ist hier drin mir ist es sehr 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 interessant ein herzteil yeah yes okay haben wir eigentlich diese insel auf der karte nein die werde ich gerne noch auf meine karte bekommen wenn ich den fisch hier finde hä wo ist denn der da ist er da war er da habe ich ihn gesehen so hauptsache nicht verpassen richtiges timing anvisieren futter streuen und da bist ja hey jungchen gib mir deine sehkarte ach es macht eigentlich auch wirklich spaß die welt von windweger zu erkunden da hat doch hier bestimmt auch schön dieses schiff kreuzen sehen da dass wir wie wild mit kannon um sich fort ist gibt als es gäbe kein morgen ich bin mehr sicher dass es mit schätzen verblendet blablabla verbindet ist natürlich brauchst du aber auch deinerseits eine kanon anbohls und schluss eine ziemlich einzige geschichte das wäre soweit von mir falls du ihn von uns noch einmal hören willst musst du schon ach so ja zweite portion futter kriegst du von mir nicht welches schiff du meinst keine ahnung aber ich sehe die schiffe dort und ich glaube die haben irgendwas zu tun wait das sind auch besondere schiffe das eine ist besonders und wir werden beschossen that's not that's not good so und diese hinterlassen auch schätze und da ist ein goldenes der boss wahrscheinlich dieser gang doch der kann uns nichts anrichten denn mit drei hits ist er auch k.o. so und er hinterlässt einen schatz einen besonderen schatz mal sehen was das ist und an dieser truhe ist auch ein bisschen rost und es ist eine triforce karte die ist wichtig so wo waren aber die schätze dieser zwei schiffe da sehe ich eins so bergen was gibt es hier violette rubin und das andere oder ist es verpufft hä ach so da ist es glaube ich also hier sind zwei also würde ich vermuten es ist hier obwohl der abstand schon ein bisschen groß ist so so jetzt bergen falsch andere seite yes der part neigt sich auch langsam den ende zu das stimmt auch der wird gleich enden aber das hindert mich trotzdem nicht daran diese schätze hier zu bergen so und hier ist der nächste yes aber hier sind nur 50 rubine und ja leider leider muss dieser bad auch hier enden also wenn euch der bad gefallen hat dann werde ich mich über den daumen nach oben freuen abonniert meinen kanal aktiviert die glocke und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten folge von der letzten selder der windwaker hd bis dann und ciao